So, das eine war der Stift, dann nehmen wir den Pinsel her. Pinsel, gleiches Spiel, wir haben einmal ganz normal diesen Kreis, wir können aber hier auch andere Formen entsprechend auswählen, wenn wir sie größer machen, dann sieht man hier auch entsprechend das jeweilige Symbol größer, man hat hier noch weitere Effekte, hier so einen ausgefransten Effekt, man kann auch hier noch das Ganze umstellen, hier hat man auch noch mal weitere Pinsel, sowas hier. Was ganz nett ist, ist dieser Effekt hier, unabhängig von der Farbe oder von der eingestellten Farbe, kann ich hier dann diesen Effekt erzeugen, je nachdem wie lange ich an einer Stelle bin, entstehen größere Punkte, wenn ich schnell drüber ziehe, dann entstehen kleinere Punkte. Hier kann ich natürlich auch wieder die Größe entsprechend ändern. Und hier haben wir sogar so eine Paprika, dann können wir die hier auch entsprechend hinzufügen.